Nora Angern, Stern 17. März 1980 in Zürich, ist eine Schweizer Golfspielerin. Nora Angern ist in Zollikon bei Zürich aufgewachsen und spielt seit ihrem zehnten Lebensjahr Golf. Daneben spielte sie Uni Hockey und Fußball. Nach ihrer Matura, Typus B, begann sie an der Universität Zürich mit dem Studium der Rechtswissenschaft, wechselte dann aber 2002 an die Golf Academy in San Diego. Nach 2004 bis 2008 spielte sie als Professional. Nora Angern ist mehrfache Schweizer Meisterin und spielt seit 1995 in der Schweizer Nationalmannschaft. Auf sieben Plätzen hält sie den Platzrekord. Sie ist Mitglied des Golf- und Countryklubs Zürich zu Mikon, ihre Trainerin war Denise Lawin. 2008 trat Angern vom professionellen Betrieb zurück. Sie ließ sich in Macklingen zur Golftrainerin ausbilden und unterrichtet im Golfclub Breitenloh und als Elite-Coach für den Schweizer Golfverband, wo sie Kinder und Jugendliche ausbildet. Ehrenamtlich ist sie seit 2005 als Botschafterin den internationalen Hilfsorganisationen Right to Play tätig.